I can grow out in the land Yo, was geht abneben Freunde? Euer Rack Tivin hier und seid ganz herzlich willkommen in der weiteren GTA Online Glitch hier auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich euch zeigen wie ihr das komplette Apartment und Spark bekommen könnt. Das ist ganz einfach, ihr braucht dafür einfach ein Designer Apartment, also die, die man dann halt verändern kann. Und eins mit dieser Wand da hinten rechts, die will ich auch gleich nochmal genauer zeigen. Auf jeden Fall braucht ihr eins in dem Style mit dieser Wand da. Dann geht ihr einfach zu dieser Wand, stellt euch wirklich direkt davor und wechselt einfach in die Ego Perspektive. Und ihr seht schon, das ganze Apartment ist unsichtbar und über euch ist noch ein Apartment. Das ist aber eins aus einem älteren Update, also das ist nicht euer Apartment, sondern halt ein älteres. Und ja, jetzt könnt ihr sogar euch noch in der ganzen Wohnung frei herum bewegen. Ihr seht dort sogar die Karten hängen, äh, so leicht vom Raubüberfall. Also ihr könnt jetzt wirklich fax machen, ihr könnt hoch gehen und, und, und. Hier mal so eine kleine Funny-Aufnahme. Ich hab das Ganze in den Rock CD-Tor mal gepackt. Der Rock CD-Tor zeigt dann die normale Sicht an, wie es denn so gewesen wäre mit Apartment, so würde es aussehen. Noch ein kleiner Fact, wenn man dort durch diese Karte durchguckt, dann sieht es so aus, als hätte es immer noch geschnallt in Los Santos. Cool zu wissen, oder? Cool zu wissen, oder? Auch übrigens, um aus dem Glitch rauszukommen, müsst ihr einfach nur die Perspektive wechseln. Nun gut Leute, ihr habt ja gesehen, man kann wirklich alles machen, man kann sich ins Bett legen, man kann sich hinsetzen, man kann an der Bonk ziehen. Richtig witzig. Ähm, nun gut Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich einfach sagen, lasst einen Like da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Haut rein und... Tschö. 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 Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020